Ja Mädels, 21 Uhr, fast 21 Uhr in der Stadthalle in Ölstitz. It's Showtime! Das etwas gespaltene Verhältnis der Axtfakt, wie im Falle von Henry, Valentino und Anita. Duskigerweise sind die beiden heute nicht verfügbar, deswegen nehmt ihr halt Gladiate. Meine Damen, hier sind für euch Kai und Hart mit der OCV Karaoke Show! Ich frage, wie ihr fährt ein, ihr wisst nicht. Sie fährt allein und sie scheint nütz zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich fährt nur, sie fährt nicht viel gefühlt. Im Wagen vor mir fährt ein neues Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. So zieh den selben Sender oder isst ihr Radio raus. Wer bietet morgen Uhr oder nach Haus. Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Wie schön, dass ich heut endlich einmal teil. Ich seh dich süß! Wer hat denn nichts vergessen? Den könnte ich messen. Am besten will man auch wollen, mit dem der Öl. Wir fangen noch einmal an. Wir fangen noch einmal an. Wir fangen noch einmal an. Wir fangen noch an. Ich weiß nicht, ob ich mich gefühlt. Im Wagen vor mir fährt ein neues Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Wird sie den Zillenzen da, oder ist die Amatio dabei? Und ich geht einfach raus. Da-da-da-da-da-da Was will der blöde Kerl da hinter mir? Aber nun ist sie des Zillenzen. Ich frag mich mal rüber, und er ist so schönes Haar. Er hängt jetzt schon ne halbe Stunde ständig hinter mir. Jetzt der hat's schon, und er fährt ohne Licht. So schönes Dillenzen. Es könnt schon 100 Kilometer weg sein. Wenn ich fahr' meiner Ente doch vorbei. Denk doch noch nicht mal. Will er mich kontrollieren? Oder will er Pischen führen? Oder ist das den Zillenzen wie die Polizei? Dillenzen. mould Ich wollte endlich einmal zeigen, ich muss nicht raten wie ein Bilderstier. Ich freu' so in Gedachten ganz allein und ohne Schlangen, die mir ein Mädchen mehr bei mir. Jetzt wird diese Sache langsam wohl nicht, dies ist scheinbar. Ich fahr' die allernächsten Abfahrt raus. Dort werd' ich mich verstecken, Kinder in irgendwelchen Ecken. Dadurch komm' ich zu spät nach Haus. Bye-bye, mein Mädchen, es ist nicht gute Reisen. Es kommt wohl Zeit, dass du dich verziehst. Für mich hat es nicht mehr so können, auf die Fahrt zu Ende gehen. Doch nicht mein Mädchen mehr ist wiedersehen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Kai und Hans. Also, Mädels, dass das jetzt zweimal gemacht werden musste. Hier wäre der Text gewesen, aber wer kann schon mit dem Arsch lesen? Die zumindest nicht. Kai und Hans auf eure Seite. So, ihr nehmt, da seid ihr seit dem Weg und fertig.